Was ist die Zahnparade? Oder auch anderweitig konsumieren und wenn wir alle erwachsenen Leute sind und uns damit vernünftig auseinandersetzen, ist es glaube ich besser, als wenn wir da eine schreckliche, große, nichtsbringende Prohibition hinterhaben. Dementsprechend vorbeikommen, Spaß haben, demonstrieren. Es gab ein Motto, meine Wahl handelt legal und wir sehen uns. Bis dann!